Für uns bei der Sparkasse steht der Mensch im Mittelpunkt. Denn wichtiger als Geld ist das, was man damit tut. Darum tun wir Gutes. Gutes für unsere Region, die Ortenau. Das Haus ist für uns etwas Besonderes. Hier habe ich meine Kindheit verbracht und unsere Kinder sollen hier auch glücklich sein. Wir haben von Grund auf modernisiert und mussten uns plötzlich mit tausend verschiedenen Dingen auskennen. Die Finanzierung, Förderprogramme für umweltbewusstes Bauen oder ganz wichtig, die Wahl der richtigen Vorhangfahre. Bei so vielen Entscheidungen braucht man eben Fachleute, denen man blind vertrauen kann. Beratung heißt für uns Verantwortung übernehmen. Wer kompetent beraten möchte, muss die Bedürfnisse seiner Kunden kennen. Die Sparkasse ist bester Bestandteil der Region. Mit über 40 Geschäftsstellen sind wir nah am Kunden und wissen, wovon wir reden. Heutzutage hat man das Gefühl, es passiert in einer Woche so viel wie früher in einem ganzen Jahr. Was heute noch gut für uns ist, kann morgen schon unbedeutend sein. Wie lege ich mein Geld an, dass meine Enkel später noch etwas davon haben? Das weiß doch nur eine Bank mit einer langen Geschichte, die schon immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Für mich ist das die Sparkasse. Die Sparkasse Offenburg-Ortenau hat etliche Wirtschaftskrisen und zwei Weltkriege überstanden. Das geht nur, wenn man vorausschauend ist. Wir verfolgen eine solide Geschäftspolitik. In schnelllebigen Zeiten wie heute muss eine Bank fachlich breit aufgestellt und eng vernetzt sein. Als Teil von Europas größter Finanzgruppe bieten wir so unseren Kunden Sicherheit. In der Kletterhalle steckt unser ganzes Herzblut. Das weiß jeder, der große Ideen in die Tat umsetzt. Wir haben damals eine Bank gesucht, die diese Leidenschaft mit uns teilt. Jedes Unternehmen ist anders und braucht individuelle Betreuung. Mit unserer Erfahrung stehen wir Unternehmen und Vereinen in allen Belangen zur Seite. Das geht von der Existenzgründung bis zum Generationswechsel, Leasingangebote, dem gesamten Außenhandel, Finanzierungen und so weiter. Wir sehen uns auch als Wirtschaftsmotor in der Region. Wir vergeben bevorzugt Aufträge an ansässige Unternehmen. Da steckt die Wirtschaftskraft in der Ortenau und unsere Kundenveranstaltungen sind gefragte Events. Die Sparkasse hat sich mit dem Bau des Kletterzentrums mächtig ins Zeug gelegt. Sie unterstützt uns noch heute mit Kundenveranstaltungen in unseren Räumen. Das nenne ich doch individuelle Kundenberatung. Einmal in einem ausverkauften Festspielhaus auftreten. Das wünscht sich wohl jeder Musiker. Doch der Weg dorthin ist so schwer, dass es für die meisten leider nur ein Traum bleibt. Oft fehlt einfach der entscheidende Moment, der die Weichen stellt. Träume brauchen Chancen, um wahr zu werden. Wir unterstützen den Regionalwettbewerb Jugendmusiziert und fördern dadurch junge Talente. Meine Chance war jugendmusiziert. Durch diese Veranstaltung bekam ich die Möglichkeit, in großartigen Orchestern mitzuspielen und als Solist aufzutreten. Die Sparkasse ist mehr als nur ein Traum. Wir sind unsere Finanzpartner. Wir übernehmen Verantwortung für die Region und fördern Initiativen aus den Bereichen Kultur, Sport, Bildung, Wissenschaft sowie Umwelt und Soziales. Wir sind seit unserer Gründung vor über 175 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen. Diesen Erfolg geben wir gerne weiter. Wir tun Gutes, damit noch Besseres daraus entsteht. Gutes, damit noch Besseres daraus entsteht. Gutes, damit noch Besseres daraus ziehen. Gutes, damiterobe500-2019. roasted D Kultur Tomorrowlicht Gutes, damit man Vertrauen und possiamo reunionrue. parallelschen uns. wird und cry. Und tranquille sind. dependence. ãos